Baby! Jetzt macht er das davon kaputt. Jetzt zerminen wir vor allem. Jetzt macht er da erstmal einen Heiltrank drauf. Damit die nicht sterben. Ist ja auch noch alles ganz legitim und normal. Und damit das noch schneller geht, haut er da jetzt ein Blut drauf. Und mit dieser Kombi scheint irgendwas falsch zu sein, weil gleich... Könnt ihr gleich mal sehen. Also das Rad ist ja zerstört. Und jetzt möchten die Bogenschützen ja gerne das Elixir-Layer kaputt machen. Und ein Bogenschütze möchte gleich reinlaufen. Jetzt! Seht ihr das? Der rennt da einfach gegen. Ich hab's noch nicht gesehen. Äh... Ich weiß nicht woran das gelegen hat. Vielleicht an den beiden Tränken. Echt keine Ahnung. Also er hat sich hier mit 50% knapp zwei Sterne geholt. Was dann auch noch relativ gut ausgegangen ist. Und falls ihr auch mal sowas habt, könnt ihr kurz in Klang kommen und mir das teilen. Weil das find ich geil. Glitch gefällt mir nicht so, aber sowas find ich genial. Das war's von mir. Danke fürs Zuschauen und ciao! Bis bald! Von. шей ... Untertitelung des ZDF, 2020